hier ist eine schöne bar im ersten stock auf 0 schick ein cocktailchen wir machen es dann immer ein raki vor jedem essen und nach jedem essen dann bekommen wir wenigstens auch kein durchfall oder sonst irgendwas super schön die paar wenn man jetzt zwei rakis trinken hier hat man mit blick aus mir kann man draußen sitzen komplette und zu der sufwelser hat gleich zwei raki mit eisbestände fürs nachspeisen befehl und dann erst mal mögen die geist oder in der